Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Thema Algorithmen und Datenstrukturen. Wir sind fertig mit den Datenstrukturen, zumindest mit den einfachen. Das heißt, was wir heute machen oder was wir heute anfangen, sind einfache Algorithmen. Damit wir da so ein bisschen reinkommen und endlich mal sehen können, hands on, was diese Dinger da eigentlich machen, diese berühmten Algorithmen. Ja, wir wollen uns hier mit Sortieralgorithmen und noch ein paar mehr in diesem Bereich befassen. Natürlich gehen wir später noch in die schwereren Algorithmen rein. Aber jetzt in diesem einfache Algorithmen-Teil wollen wir natürlich erstmal einfache Algorithmen machen, okay? So, wir fangen heute an mit etwas mehr, also nicht mit Sortieren, sondern mit mehr und zwar der binären Suche. Die binäre Suche ist einer der wichtigsten Algorithmen überhaupt und ist unfassbar cool. Das heißt, ich meine, jeder kennt die Suche, ja? Wir gehen einfach jedes Element durch und gucken, ob das da dabei ist. Das wollen wir hier nicht machen, wir wollen hier wirklich was Cooles machen. Und deswegen sagen wir hier, okay, binäre Suche it is. Und die binäre Suche hat allerdings eine Vorbedingung. Das heißt, wir brauchen eine sortierte Liste oder ein sortiertes Array. Das funktioniert eigentlich auf fast jeder Datenstruktur. Aber sie muss sortiert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir keine sortierte Liste haben, dann funktioniert das ganze Ding nicht. Das heißt, ihr könnt hier sehen, das erste Element ist Ananas. Also auf meiner wunderbaren Pizza, ja? Auf der Pizza Morpheus. Das erste Element ist Ananas. Das zweite Element ist Döner. Das heißt, wir haben A, D, K, P, R, S. Wobei wir dreimal S haben. Dann haben wir hier zweimal SA. Und dann haben wir S, A, H. Das heißt, wir sagen hier, das S ist offensichtlich gleich. Das A ist offensichtlich gleich. Das H, ja, das kommt vor dem L im Alphabet. Also steht Sahne vor Salami. Okay? Und dann haben wir noch den Schinken, weil das C ist natürlich hinter dem A. Gut. Ja, und damit haben wir eine sortierte Liste. Das heißt, wir können hier drauf die binäre Suche durchführen. So. Binäre Suche. Das bedeutet, wir haben einen Algorithmus binäre Suche. Und der hat einen Parameter, nämlich einen Suchbegriff. Und ich will euch jetzt gar nicht genau mit dem Detail plagen, wie diese binäre Suche im Code aussieht. Das machen wir vielleicht nächstes Mal. Aber dieses Mal wollen wir eigentlich nur hier diese binäre Suche uns mal anschaulich vor Auge führen, sozusagen. Wenn wir jetzt also in unserer Pizza-Zutatenliste hier uns durchsuchen wollen, ob da eigentlich Käse drin ist in der Pizza. Weil wir vielleicht laktoseintolerant sind. Und, äh, ja gut, Sahne ist auch noch drin. Aber, pscht. Ähm, weil wir laktoseintolerant sind und deswegen kein Käse zu uns nehmen dürfen. Was wir dann also machen ist folgendes. Wir suchen das Wort Käse. Das heißt, wir rufen den Algorithmus binäre Suche mit dem Parameter Käse auf. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Entschuldigung. Ähm, wir haben definitiv eine sortierte Liste. Und das bedeutet, wir müssen nicht vorne anfangen, sondern wir können irgendwo anfangen. Und wir fangen in der Mitte an zu suchen. Das bedeutet, wir gucken hier, hm, ja gut, wo ist denn eigentlich die Mitte? Wir haben acht Elemente. Das Problem ist, acht hat keine genaue Mitte. Ich meine, klar, wenn wir jetzt neun Elemente hätten, klar, dann wäre das fünfte Element genau die Mitte. Aber wir haben hier acht. Das heißt, wir nehmen einfach das nächstkleinere. Also, wir fangen bei der Paprika an und schauen, hey, ähm, ist denn eigentlich die Paprika größer oder gleich dem Käse? Oder ist sie vielleicht exakt der Käse? Oder ist der Käse tatsächlich kleiner? Oder ist er größer? Oder was ist da eigentlich der Fall? Und dann gucken wir hier, ja gut, Suchbegriff ist Käse. Das heißt, wir gucken und wir sehen Käse, also K ist offensichtlich kleiner als P. Und was dann für uns schon bei rausspringt ist, dadurch, dass die Liste ja sortiert ist, K ist auch kleiner als Reis, als Sahne, als Salami, als Schinken. Alles, was rechts von dieser Paprika steht, müssen wir nicht mal mehr anfassen. Das heißt, wir sind hier tatsächlich schon in nur drei, in nur einem Zug wissen wir, Käse steht innerhalb, falls es drin ist, steht Käse innerhalb der linken Liste oder der linken Teilliste. Und das bedeutet, wir müssen jetzt hier Reissahne, Salami, Schinken nicht mehr angucken, sondern können uns nur hier auf die linke Seite konzentrieren. Und genau so verfahren wir einfach weiter. Das heißt, wir sagen hier, wir nehmen wieder die Hälfte der noch übrigen Liste. Denn Paprika bis Schinken fällt ja schon raus. Das heißt, wir nehmen die Hälfte, wie gerade eben auch, und gucken hier bei Döner rein. Ist denn Döner eigentlich größer oder gleich dem Käse? Oder ist er kleiner? Oder was ist da eigentlich der Fall? Also sagen wir hier, ja, K ist offensichtlich größer als D. Und das heißt, wir können den linken Teil von Döner komplett wegschmeißen. Das heißt, wir können hier die Ananas komplett wegschmeißen. Und den Döner logischerweise auch, denn da haben wir gerade den Vergleich drauf gemacht. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, denn dann bleibt nur noch der Käse übrig. Und da sehen wir, wuhu, wir haben es gefunden, wir haben den Käse. Wenn wir jetzt hier offensichtlich den Käse nicht gefunden hätten, dann wissen wir, Käse steht nicht in dieser Liste drin. Und das ist ziemlich cool, das ist super, super effizient. Und wir wollen uns nochmal ganz kurz angucken, was hier eigentlich passiert. Eine Liste von N Elementen wird durch einen Zugriff aufgeteilt in N halbe Elemente. Das heißt, wenn wir hier 180.000 Elemente haben, haben wir danach nur noch 90.000 Elemente, wenn wir genau in der Mitte einen Vergleich durchführen. Wir schmeißen einfach direkt 90.000 Elemente weg. Und das, meine Damen und Herren, ist sehr effizient. Dadurch brauchen wir dann nur noch die eine Teilliste eben uns angucken. Das heißt, wir brauchen nur noch das nächste Mal in der Mitte von dieser Teilliste gucken. Und dann schmeißen wir wieder 45.000 Elemente weg. Und dann schmeißen wir wieder 22.500 Elemente weg. Und so weiter und so fort. Und am Ende finden wir unser Element oder wir finden es nicht. Das heißt, im Durchschnitt braucht unsere binäre Suche Logarithmus von N Aufrufe. Das heißt, ihr habt hier jetzt schon mal eine sehr, sehr komische Laufzeit, die wir eigentlich so noch nicht wirklich behandelt haben. Aber ihr seht, was Logarithmus von N eigentlich heißt. Logarithmus von N ist deutlich, deutlich schneller, vor allem, wenn ihr sehr lange Listen habt. Also gerade bei 90.000 Elementen, Logarithmus von N ist super schnell. Viel, viel schneller als N. Und in diesem Fall haben wir drei Vergleiche gebraucht bei einer Liste von acht Elementen. Das heißt, wir haben hier Logarithmus von acht, was übrigens drei ist. Deswegen nennt man das ganze Ding auch binäre Suche, weil man eben hier den Logarithmus einfach ziehen kann. Super, super geil. Das heißt, wir haben jedes Element hier drin schneller oder also entweder in maximal drei Zügen bei einer Liste von acht gefunden. Und das ist ziemlich, ziemlich effizient. Das ist schon sehr angenehm. Und ja, dementsprechend kann man hier auch wirklich von einem schnellen Suchalgorithmus sprechen. Problem, wie gesagt, ist, ihr braucht eine sortierte Liste. Und das, es gibt natürlich nicht immer eine sortierte Liste einfach. Aber wenn ihr häufig suchen müsst, dann ist natürlich die binäre Suche sehr schnell. Und dann ist es auch teilweise den Aufwand wirklich wert, sich eine sortierte Liste zu bauen, wenn man sehr, sehr häufig drauf suchen möchte. Ja, okay. Das heißt, ja, binäre Suche, super geil. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.